Du musst Hildegard Neff sein. Die berühmte Schauspielerin aus dem heißen deutschen Napfel. Knef. Knef. Ich wusste gar nicht, dass du so gut Deutsch sprichst. Es gibt viel, was du nicht über mich weißt. Was ist mit den Gästen passiert? Ich habe sie ausgeladen. Wodka oder Whisky? Ich hätte lieber einen Wein. Ich habe sie ausgeladen. Ich habe sie ausgeladen. Du bist verheiratet, oder? Ja. Hast du Kinder? Nein. Ich habe sie ausgeladen. Ich bin der Schleifte. 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 Ich bin der Schleifte.